Wie heißt das? Ja, höre ich zu. Saltphoto-EMF Patricia Garcia Ist schüchtern. Garcia und Patricia haben wir schon gehabt heute, ja. Aber trotzdem kann ich Suppe ziehen, ja. Tee ziehe ich auch. Okay. Ziemlich Rambo in einem Stieb. Ähm... Waschküche... Oben. 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 Alter, Reutscher Dose, ja. Oben. 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 Ich fliege immer noch Zeugs durch die Gegend, aber nur im F-3. Portageist intensified. Triebe im Portageist. Triebe im Portageist. Krusty. Triebe im Portageist. Salz, nehme ich mit. Triebe im Portageist. 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 Kannst du mir einen Sign-Sign geben? Bitte. Triebe im Portageist. Triebe im Portageist. Pex, ist das ein Safe-Spot? Ich glaube leider nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Tja, ich weiß nicht. Oh! Da ist alles! Let's go! Ich hab mich nur ein bisschen geschreckt. Da ist ein Foto vom Geist. Müssen wir mal haben. Das war scary. Schreib in das Buch, Bitch! Schreib in das Buch. Warum macht dieser Spooky Stuff mit uns? Schreib in das Buch. Am meisten hab ich eh Onis. Und... Und... Demons... Äh Demons. Also Aufgaben haben wir alle? Den Ding haben wir ja an Bob's mit? Hab ich mit, ja. Haben wir eigentlich schon oft einen Benji gehabt? Mir kommt vor, dass wir fast noch nie einen Benji gehabt haben. Oh, da. Ja, haben wir schon gehabt, aber ich sag auch immer, ich hab's ja. Fussabdruck hätte ich fotografiert, aber wir schauen auf die Zürcher. Buch bestätigt. Are you here? Are you close? Warp oder Box? Are you close? Dort sehe ich keine bis jetzt auf der Kamera bei mir. Are you here? Are you close? Are you close? Ich tippe auf. Are you close? Are you close? Bist du hier? Ja. Wir haben einen Dämon. Box bestätigt. Box bestätigt. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. I don't know what happened. Die Spiegelung. Geisterbox. Buch. Passed. Demon. Ferti. Heute war ich nur so 6 Minuten Aufträge. Es war ein Dämon. Es war ein Dämon.